Hallo Leute und willkommen zurück zu Juraquadrat. Jura macht Spaß mit Wissen, Rechtsprechung und Problemen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Bonifatius-Fall, nachzulesen bei RGZ 83223. Wir sehen also, das Ganze wurde vom Reichsgericht entschieden und ist dementsprechend einer der älteren Klassiker aus der Rechtsprechung. Wir fangen mit dem vereinfachten Sachverhalt an. Wir haben hier den Pfarrer P., der am 21. August 1910 verstorben ist. Einen Tag zuvor hat er durch ein Testament seine Schwester S. als Alleinerbin eingesetzt. Noch vor dem 20. August 1910 hatte der P. dem Fakurat D. seine Wertpapiere übergeben und erklärt, dass diese dem Bonifatius-Verein geschenkt werden sollen, sodass der D. die Wertpapiere an den Weihbischof B. als Vertreter des Bonifatius-Vereins, abgekürzt hier als BV, übergeben soll. Dies geschah auch am 25. August 1910. Erst danach hat die S. davon erfahren und verlangt die Wertpapiere vom Bonifatius-Verein heraus. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob die S. einen Anspruch auf Herausgabe der Wertpapiere vom Bonifatius-Verein hat. An dieser Stelle empfehle ich euch, das Video kurz zu pausieren und eine Skizze zu erstellen, indem ihr die Verhältnisse der wesentlichen Beteiligten hier zusammenfasst oder in Korrelationen setzt und außerdem einen kleinen Zeitstrahl erstellt. Am besten legt ihr euch auch ein Gesetz zur Hand. Wir werden hier nämlich viel mit dem Gesetz arbeiten und da das Ganze etwas länger hier dauert, könnt ihr euch auch schnell noch einen Kaffee oder Tee machen und dann legen wir auch gleich los. Zunächst einmal die Skizze. Wir haben ja hier die fünf Beteiligten, die hier im Raum stehen. Wir haben hier den P, der verstorben ist, der D, der die Wertpapiere übergeben soll, der B als der Vertreter des Bonifatius-Verein, den Bonifatius-Verein und links unten in der Ecke die S, also die Schwester vom P. Das Problem liegt hier zwischen S und BV, also zwischen der Schwester und dem Bonifatius-Verein, denn die Schwester verlangt die Herausgabe der Wertpapiere vom Bonifatius-Verein. Werfen wir einen Blick auf den Zeitstrahl zum Sachverhalt. Vor dem 20. August hat der P die Wertpapiere an den D übergeben, mit der Bitte, dass diese an den B, also den Vertreter des Bonifatius-Vereins, übergeben werden. Am 20. August hat er wiederum erklärt, also der P, dass im Testament die S zur Alleinerbin eingesetzt werden soll. Dabei hat er ein richtig gutes Timing bewiesen. Er hat wohl gemerkt, dass ihn seine Kräfte verlassen, denn einen Tag später, am 21. August, ist er verstorben. Am 25. August wiederum hat der D die Wertpapiere an den B, also den Vertreter des Bonifatius-Vereins, übergeben. Erst danach hat die S von der Schenkung an den Bonifatius-Verein erfahren und verlangt die Herausgabe der Wertpapiere. Damit haben wir schon mal das Wesentliche zusammengefasst. Um was geht's hier vor allem im Sachverhalt? Der Problemschwerpunkt liegt hier beim Eigentumserwerb des Bonifatius-Vereins an den Wertpapieren und vor allem um die Verpflichtung zur Eigentumsverschaffung durch Schenkung. Insbesondere von Bedeutung ist die Abgrenzung der Schenkung unter Lebenden zur Schenkung von Todes wegen. Hierzu ist auch die Norm des 2301 BGB von immenser Bedeutung. Deshalb bereits an dieser Stelle empfehle ich euch einen Blick in das Gesetz. Lest doch mal die Norm durch, könnt auch gerne kurz pausieren, zum Schenkungsversprechen von Todes wegen. Die Anspruchsgrundlagen, die hier im Raum stehen, ist zum einen der Paragraf 985 BGB in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB und zum anderen der Paragraf 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB. Wir haben hier also eine Norm aus dem Sachenrecht aus dem EBV, der Klassiker der 985 BGB und eine Norm aus dem Bereicherungsrecht der 812er. Die Norm des 1922 1 BGB ist wiederum hier die Schnittstelle zum Erbrecht, weil wir haben ja hier ein Testament, das im Raum ist. Dann widmen wir uns langsam dem Gutachten bzw. der Lösung des Bonifatius-Falles zu. Wir wollen ja jetzt hier zwei Anspruchsgrundlagen prüfen. Einmal den Herausgabeanspruch nach 985 und andererseits den nach 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB. Starten wir mit der ersten Anspruchgrundlage. Der Herausgabeanspruch nach Paragraf 985 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB. Die Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die S Eigentümerin der Wertpapiere ist und der Bonifatius-Verein Besitzer ohne Besitzrecht. Ein kleiner Reminder auch zum Prüfungsschema von 985. Sollte eigentlich jedem bekannt sein, aber an dieser Stelle noch mal eine kleine Erinnerung, damit es auch wirklich sitzt. Der Anspruchsberechtigte müsste Eigentümer sein und der Anspruchsgegner Besitzer. Genauer gesagt Besitzer ohne Recht zum Besitz. Das Ganze könnt ihr auch bei 986 BGB nachlesen. Wir fangen hier ausnahmsweise mit dem Besitz an, weil das lässt sich hier mit weniger Problemen lösen. Die Eigentumsverhältnisse sind hier etwas komplizierter. Der Bonifatius-Verein müsste Besitzer sein. Hier haben wir die Situation, dass der Weihbischof B ein Organ des Bonifatius-Vereins ist. Da er die tatsächliche Sachherrschaft über die Wertpapiere nach Paragraf 854 Absatz 1 BGB hat, hat der Bonifatius-Verein nach Paragraf 21 und 26 BGB unmittelbaren Organbesitz an den Wertpapieren. Die Frage ist jetzt weiterhin, ob die Schwester S Eigentümerin ist. Zunächst einmal kommt ein Eigentumsübergang an den D vor dem Tod des P nach Paragraf 929 Satz 1 BGB in Betracht. Diese Konstellation ist aber auszuschließen, denn der P hat sein Eigentum nicht an den D, sondern vielmehr an den Bonifatius-Verein übertragen wollen, sodass es also hier an den wesentlichen Voraussetzungen bereits fehlt. Weiterhin kommt aber ein Eigentumsübergang an den Bonifatius-Verein vor dem Tod des P, ebenfalls nach Paragraf 929 Satz 1 BGB in Betracht. Hier fehlt wiederum eine dingliche Einigung zum Eigentumsübergang an den Bonifatius-Verein, denn der D ist kein Stellvertreter, sondern nur Bote des P. Das bedeutet also, dass er nur die Willenserklärung des P einfach weitergeben soll und keine eigene Willenserklärung abgeben soll. Eine Übergabe an den Bonifatius-Verein ist schließlich auch auszuschließen, denn der D ist kein Besitzdiener des Bonifatius-Verein nach Paragraf 855 BGB, sondern vielmehr Besitzdiener des P. Weiterhin kommt aber ein Eigentumsübergang an die S durch Universal-Sukzession bzw. Gesamtrechtsnachfolge nach Paragraf 1922 Absatz 1 BGB in Betracht. Hier ist die S im Testament des P als Alleinerbin eingesetzt. Das bedeutet also, dass das Eigentum an den Wertpapieren mit dem Tod des P, der ja hier dann in dem Fall Erblasser ist, nach Paragraf 1922 Absatz 1 BGB auf die S als Alleinerbin übergeht. Allerdings könnte nachträglich das Eigentum auf den Bonifatius-Verein übergegangen sein. Das Ganze nach der Norm des Paragraf 929 Satz 1 BGB. Die S könnte nachträglich, also nach dem Tod des P, das Eigentum an den Wertpapieren verloren haben, als der D dem B die Wertpapiere übergeben hat. In dieser Handlung könnte eine Eigentumsübertragung des P an den Bonifatius-Verein nach Paragraf 929 Satz 1 BGB liegen. Hier wieder ein kurzer Reminder zu den Voraussetzungen des Paragraf 929 Satz 1 BGB sollte allen bekannt sein, aber ihr wisst ja, Wiederholung schadet nie. Wir brauchen eine dingliche Einigung, eine Übergabe, einig sein bei Übergabe und die Berechtigung. Die Definition dazu solltet ihr euch am besten auch nochmal anschauen und das Ganze lernen. Das werde ich jetzt aber an dieser Stelle nicht bringen, es würde in den Rahmen überschreiten. Gehen wir zunächst zur dinglichen Einigung. Eine dingliche Einigung liegt diese zwischen P und dem Bonifatius-Verein hier an den Wertpapieren vor. Dafür brauchen wir ja ein Angebot und eine Annahme, also auf dinglicher Ebene. Liegt also ein Angebot des P an den Bonifatius-Verein zur Eigentumsübertragung vor. Hier hat ja der P die Wertpapiere an den Boten D mit folgenden Worten weitergegeben. Ich schenke meine Papiere dem Weihbischof B zur Verwendung für den Bonifatius-Verein. Hierin ist ein dingliches Angebot zu sehen. Problematisch ist hier aber, dass der P vor der Überbringung der Willenserklärung durch den Boten D verstorben ist. Das Ganze ist aber nach § 130 Absatz 2 BGB unschädlich. Außerdem liegt kein Widerruf nach § 130 Absatz 1 Satz 2 BGB vor. Zwar ist hier die Situation gegeben, dass die S, also als Erbin des P, die Herausgabe der Wertpapiere verlangt. Allerdings erfolgt das ganz erst, nachdem die Willenserklärung des P bereits den Bonifatius-Verein erreicht hat. Der Widerruf ist also nicht vorher oder gleichzeitig, sondern verspätet und damit nicht rechtzeitig zugegangen. Weiterhin müsste noch das Angebot von P zur Eigentumsübertragung durch den Bonifatius-Verein angenommen worden sein. Hier hat der B die Wertpapiere für den Bonifatius-Verein entgegengenommen. Und da dieser ja ein Organ des Bonifatius-Verein ist, liegt hier damit eine Annahme vor. Unschädlich ist dabei nach § 153 BGB, dass P zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben ist. Zudem hat der P ja auf den Zugang der Annahmeerklärung nach § 151 BGB verzichtet. Wir sehen also, es liegt sowohl ein Angebot als auch eine Annahme vor. Beide sind wirksam und damit haben wir eine wirksame, dingliche Einigung über die Eigentumsübertragung der Wertpapiere von P an den Bonifatius-Verein. Weiterhin müsste eine Übergabe vorliegen. B ist ein Organ des Bonifatius-Verein. Und der D wiederum, der ist der Besitzsiener des P nach der Norm des § 855 BGB. Indem also der D die Wertpapiere an den B übergeben hat, hat der P jeglichen Besitz verloren. Der Bonifatius-Verein wiederum, der hat auch vor Anlassung des P den unmittelbaren Organbesitz erlangt. Damit sind die Voraussetzungen der Übergabe gegeben. Wir können also direkt zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zum Einigsein bei Übergabe. Das Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe liegt hier vor. Weiter geht's. Es müsste eine Berechtigung gegeben sein. Der P, er ist rechtmäßiger Eigentümer der Wertpapiere. Das Ganze könnt ihr auch der Norm von § 793 BGB entnehmen. Er ist dazu berechtigt, das Eigentum an diesen rechtsgeschäftlich an den Bonifatius-Verein zu übertragen. Im Ergebnis sehen wir also, dass die S zwar das Eigentum an den Wertpapieren nach § 1922 Absatz 1 BGB, also durch Universalsukzession bzw. Gesamtrechtsnachfolge erlangt hat. Allerdings hat sie nachträglich das Eigentum nach dem Tod des P verloren, als der D dem B die Wertpapiere übergeben hat. Es liegt also ein Eigentumsübergang des P an den Bonifatius-Verein nach § 929 Satz 1 BGB vor. Das bedeutet also, dass die S keinen Herausgabeanspruch gegen den Bonifatius-Verein aus § 985 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB hat. Die erste Anspruchsgrundlage fruchte damit schon mal nicht. Vielleicht hat die S ja mit der nächsten Anspruchsgrundlage, nämlich dem § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB Erfolg. Voraussetzung dafür ist erstmal, dass der Bonifatius-Verein etwas durch Leistung und ohne Rechtsgrund erlangt hat. Im ersten Punkt etwas erlangt. Der Bonifatius-Verein, der hat hier also nicht die Wertpapiere, sondern Eigentum und Besitz an den Wertpapieren und damit etwas erlangt. Das Ganze müsste durch Leistung geschehen sein. Hier hat der D als Bote des P dem Bonifatius-Verein die Wertpapiere übergeben. Damit hat er auf Veranlassung des P das Vermögen des Bonifatius-Verein bewusst und zweckgerichtet gemerkt. Da wir ja wissen, dass der Leistung als bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens definiert wird, haben wir hier eine Leistung. Denn nach dem Tod des P wird der S nach § 153 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB zugerechnet. Das Ganze müsste ohne Rechtsgrund geschehen sein. Ein Rechtsgrund könnte hier die Schenkung nach § 516 BGB sein. Voraussetzung ist aber, dass der Schenkungsvertrag wirksam zwischen P und dem Bonifatius-Verein geschlossen wurde. Der Vertragsschluss setzt hier ein schuldrechtliches Angebot und eine schuldrechtliche Annahme voraus. Das Angebot von P zum Abschluss eines Schenkungsvertrages erfolgte hier gleichzeitig mit dem dinglichen Übereignungsangebot. Der Bonifatius-Verein wiederum hat konkludent die Annahme erklärt, als der B die Wertpapiere entgegengenommen hat. Dabei wurde hier auf den Zugang der Annahmeerklärung nach § 151 BGB verzichtet. Unschädlich ist dabei, dass der P zwischenzeitlich verstorben ist. Das Ganze ergibt sich aus § 153 BGB. Wir sehen also, es liegt erstmal ein Schenkungsvertrag zwischen dem P und dem Bonifatius-Verein vor. Was aber noch nicht gesagt ist, ist ob dieser Schenkungsvertrag überhaupt wirksam ist. Die Frage ist also, ist der Schenkungsvertrag zwischen den zwei Parteien wirksam. Es könnte eine Formniedlichkeit nach § 518 Absatz 1 in Verbindung mit § 125 Satz 1 BGB vorliegen. Denn im Grundsatz bedarf der Schenkungsvertrag nach § 518 Absatz 1 in Verbindung mit § 125 Satz 1 BGB der notariellen Beurkundung des Schenkungsversprechens. Und hier ist aber keine notarielle Beurkundung dieses Schenkungsversprechens erfolgt. Jedoch könnte wiederum eine Heilung des Vormangels durch die Bewirkung der Leistung erfolgt sein. Das ergibt sich aus der Norm des § 518 Absatz 2 BGB. Das Ganze ist hier geschehen und damit liegt hier keine Formniedlichkeit nach § 518 Absatz 1 in Verbindung mit § 125 Satz 1 BGB vor. Eine Formniedlichkeit könnte sich aber aus § 2301 in Verbindung mit § 125 Satz 1 BGB ergeben. Das ist der Fall, wenn ein Schenkungsversprechen von Todeswegen hier vorliegt. Es könnte ein Verstoß gegen die Formvorschriften über die Verfügung von Todeswegen vorliegen. Die Frage ist hier, ob eine Schenkung unter Lebenden oder ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt. Wenn ein Schenkungsversprechen von Todeswegen nicht vorliegt, liegt eine Schenkung unter Lebenden vor und die Wirksamkeit richtet sich nach den Normen der § 516 fortfolgende BGB. Wenn wiederum ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt, dann richtet sich das Ganze nach der Norm des 2301 BGB. Und nach Absatz 1 Satz 1 würden dann die Formvorschriften über die Verfügung von Todeswegen greifen und müssten erfüllt sein. Ein kleiner Exkurs zu der Norm des 2301 BGB. Wir lesen mal gemeinsam. Absatz 1 Satz 1. Auf ein Schenkungsversprechen, welches unter der Bedingung erteilt wird, dass der Beschenkete den Schenker überlebt, finden die Vorschriften über Verfügungen von Todeswegen Anwendung. Wir haben hier nämlich eine Zuwendung durch Rechtsgeschäft unter Lebenden. Allerdings tritt hier bereits eine Bindung zu Lebzeiten ein, obwohl die Konsequenzen erst nach dem Tod eintreten. Diese Problematik hat der Gesetzgeber erkannt und wollte deshalb sicherstellen, dass die Vorschriften über Verfügung von Todeswegen erfüllt sind. Eine Ausnahme wiederum gilt nach Absatz 2. Wir lesen gemeinsam. Vollzieht der Schenker die Schenkung durch Leistung des zugewendeten Gegenstandes, so finden die Vorschriften über Schenkungen unter Lebenden Anwendungen. Das Ganze ist eine Ausnahme, wie gesagt, zu Absatz 1 Satz 1, denn die Konsequenzen des Rechtsgeschäfts sind bereits zu Lebzeiten spürbar. Widmen wir uns wieder zu der wichtigen Frage. Liegt eine Schenkung unter Lebenden oder ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vor? Klausurtaktisch ist es hier wichtig, mit dem Sachverhalt zu arbeiten. Wenn ihr in der Situation seid, eine Klausur zu schreiben, dann kann entweder der Bonifatiusverein in der reinsten Form drankommen. Es kann aber auch eine abgewandelte Version vorkommen. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem individuellen Sachverhalt zu beschäftigen und nach § 133 BGBs auszulegen, ob dann ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt. Und dazu nehmen wir die Argumente aus dem Sachverhalt und setzen uns mit denen intensiv auseinander. In dem genannten Bonifatiusfall könnte man einerseits die Meinung vertreten, dass kein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt. Denn hier hat sich der P endgültig und damit unbedingt zur Leistung an den Bonifatiusverein verpflichtet. Ein Zitat aus dem Sachverhalt, es ist das eine Schenkung unter Lebenden, es steht nichts im Wege. Ein weiteres Argument ist die Bettlägerigkeit und der nachstehende Tod. Dieser ist hier nur Motiv der Schenkung und nicht Bedingung. Das könnte man unter anderem aus dem Satz, es ist Geld von der Kirche und soll für die Kirche verwendet werden, herausgelesen werden. Ebenso könnte man sich natürlich aber auch auf eine andere Position hier festsetzen. Man könnte behaupten, dass ein Schenkungsversprechen von Todeswegen hier gerade vorliegt. Denn der P, der will ja die Wertpapiere gerade nur dem Beschenkten, also dem Bonifatiusverein zuwenden. Dies könnte man wiederum aus derselben Aussage. Es ist Geld von der Kirche und soll für die Kirche verwendet werden, hineingelesen werden. Es ist ohne weitere Anhaltspunkte nicht anzunehmen, dass der P die Zuwendung auch unter Lebenden getätigt hätte, wenn er nicht gerade im Prozess des Sterbens lege. Das Ganze hat hier eine immense Bedeutung im Sachverhalt und ist hier eine Weichenstellung, wie die Klausur weitergeht. Wenn wir das Vorliegen eines Schenkungsversprechen von Todeswegen ablehnen, dann greift hier die Normen der § 516 fortfolgende BGB, weil er dann eine Schenkung unter Lebenden vorliegt. Hier sind die Voraussetzungen erfüllt und damit hätte die S keinen Herausgabeanspruch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB, denn der Bonifatiusverein hätte etwas durch Leistung mit Rechtsgrund erlangt. Wenn man allerdings sich auf die Position stellt, dass ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt, dann greift die Norm des 2301 Absatz 1 Satz 1 BGB. Es müssten die Formvorschriften über die Verfügung von Todeswegen erfüllt sein. Hier liegt aber keine notarielle Beurkundung vor. Das Ganze ist ein Verstoß gegen die Norm des § 2276 Absatz 1 Satz 1 BGB. Damit würde hier also Formnichtigkeit vorliegen und ein Herausgabeanspruch der S aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 in Verbindung mit 1922 Absatz 1 BGB gegeben sein, denn der Bonifatiusverein hat dann etwas durch Leistung ohne Rechtsgrund erlangt. Wenn wir der zweiten Meinung folgen, also dass ein Schenkungsversprechen von Todeswegen vorliegt, dann können wir den Sachverhalt noch etwas strecken bzw. ein weiteres Problem einbauen. Denn wenn wir dieser Meinung folgen, können wir auch die Ausnahmevorschrift des § 200 1301 Absatz 2 BGB anwenden. Diese regelt, dass die Vorschriften über Schenkung unter Lebenden greifen, wenn die Voraussetzungen für den Vollzug der Schenkung durch Leistung zu Lebzeiten gegeben sind. Welche Voraussetzungen für den Vollzug zu Lebzeiten gegeben sein mussten, darüber herrscht ein Rechtsstreit. An dieser Stelle möchte ich diesen nicht bringen. Ihr könnt euch aber dazu natürlich vertieft informieren, entweder auf meiner Website oder an sonstigen Quellen des Internets. Wenn man allerdings also einen Vollzug zu Lebzeiten bejaht, dann greifen die Vorschriften über die Schenkung unter Lebenden. Eine Formnichtigkeit ist dann zu verneinen und der besagte Herausgabeanspruch besteht damit dann auch nicht. Wenn man allerdings einen Vollzug zu Lebzeiten verneint, dann greifen wiederum die Vorschriften über die Verfügung von Todes wegen. Es liegt dann Formnichtigkeit vor und der besagte Herausgabeanspruch der S besteht. Hier wird folgende Position vertreten. Es liegt kein Vollzug zu Lebzeiten vor. Denn es hängt vom Zufall ab, ob der Bote D, der Bonifatius-Verein, die Wertpapiere übergibt. Ihr könnt es euch ja so vorstellen, der D, der könnte auch ein Schlawiner sein oder ein gerissener Gauner, der sich einfach das Vertrauen vom P erschlichen hat und sich so denkt, ah ja super, jetzt kann ich mir die Wertpapiere für mich nutzen und nee, 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 an den Bonifatius-Verein und den B in keinster Weise gebe ich die weiter. Man sieht also hier, dass der Bonifatius-Verein zu Lebzeiten des P noch keine gesicherte Rechtsposition erlangt hat. Das Ganze hängt viel mehr von der Vertrauenswürdigkeit des D ab und ob der sich da auch an alles korrekt hält, das weiß man ja nie. Das bedeutet aber dann, dass der Schenkungsvertrag zwischen P und dem Bonifatius-Verein nach § 2301 Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 127 Satz 1 BGB formlich dicht ist. Damit besteht kein Rechtsgrund im Sinne von § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB. Im Ergebnis hat also der Bonifatius-Verein Eigentum und den Besitz an den Wertpapieren ohne Rechtsgrund erlangt. Wir kommen also zum Ergebnis, dass ein Herausgabeanspruch der S aus den besagten Normen besteht. Zum Schluss kann ich euch noch sagen, egal ob ihr die eine Meinung oder die andere Meinung vertretet, wichtig ist die Argumentation. Wenn ihr solide argumentiert, könnt ihr A sagen oder ihr könnt auch B sagen. Ich hoffe, euch hat dieser Beitrag geholfen. Hinterlasst doch gerne ein Abo, einen Kommentar oder ein Like. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittag, morgen oder abends. Euer JuraQuadrat. Macht's gut!